Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, hier beim Händler, Tag 8, kurz nach 7. Gucken wir mal, was der Bobby hat. Wir haben jetzt Geld und gucken mal, oh, Entschuldigung, was der hier anzubieten hat. Oh, teuer. Das ist der ganze Kram, den ich verkauft habe. Okay, bevor wir uns den Secret Stash anschauen, haben wir schon einen 16, boah, puh. Also, das wäre schon geil, ne? Aber, 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 vielleicht können wir die Sachen noch irgendwo anders sinnvoller verwenden. Pummel Pete ist cool. Machen wir schon mal. Achso, Brake and Entering, nee, das brauchen wir nicht. Bad Mechanic. Das ist auch gut. Für Autos zum Beispiel. Nummer 2, komm, gucken wir mal, was rauskommt. Electricity Basics. Ja, komm, scheiß auf die, auf die Dingsbums da. Boah, Mini Traps, Range Traps, oh. Ah. Mining Tools 40, 20 Punkte, okay. Das kriegen wir auf jeden Fall, also die kriegen wir so hin. Science war noch eine Sache, ne? Science, wo ist Science? Science, Steel Smithing, Tool Smithing 6. Oh, ist nicht mehr weit, ist nicht mehr weit. Boomstick, Medicine, nee, Scavenging, Fast Eddie. Na komm, machen wir den und den. Bobby, was hast du denn da im Secret Stash? Das Bierbuch, das kann man immer gebrauchen. Oder kann ich das schon? Ah, ich kenne es schon, ich kenne es schon. Dann, äh, pfff. Oh. Ah, wir haben die Orga. Das ist, äh, das ist, pfff. Warte mal. So, das kann man weg. Du kannst auch weg. Machen wir uns mal ein besseres. Hoffentlich. Öh, komm. Weg. Leere Taschen. Macheteblade, macht das Sinn? Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise? Ne, ne? Much obliged, Stranger. Brauche ich dafür ein Rezept? Okay. Weißt du, warte, komm, nehmen wir einfach mal eins mit. Haben wir hier noch Kohle? Äh, Gunpowder. Ein bisschen mal für die Sniper. Wie scho sind das? Ist das ein Schuss? Für 48? Ja, bist du deppert, auf keinen Fall. Nee. Ansonsten. Nee. Hab ich den schon? Das Ding da hinten? Komm ich da hin? Ah, wie soll ich da hinkommen? Egal. Gut, düsen wir wieder. Tschüss. Trader. Jetzt die große Frage. Welcher Händler war das da hinten? Schatz. Nur Schatzsuche gehen. Baum. Nein, langsam. Nein. Uff. Ey. Wir haben genug. Scheiße, ey. Ach so, hoch war das auch gar nicht. Egal. So, wir gehen jetzt mit der Orga auf Schatzsuche. Ich bin gespannt. Bitte nicht im Schnee. Hello City. Nee, komm, scheiß auf den Geier. Die, 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 die. Und gleich da. Das geht fix. Go, go, go. Wahrscheinlich machen wir mit der Orga jetzt hier. Schön alles kaputt. Oh, wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern uns. Ich habe ja Schatzsuche mäßig noch gar nichts geskillt, ne? Wortkotze. Und ich im Schnee. Oh, bitte. Sieht mir sehr schneeig aus. Oh, ja, ja, ja. Halt die Klappe. So, wir nähern uns. Okay, ich sage mal mal Mowly Bread. Tiri, tiri, tiri. Hm. Ja, sieht mir sehr nach Schnee aus. Und? Oder? Hahaha, hart an der Grenze. Doch, Wüste. Sehr gut. So. Okay, noch ein bisschen geradeaus und dann... Okay, es leuchtet. Ja, dann buddeln wir einfach mal. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das war mit Abstand und so weiter und so fort. Ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen dann die Kiste wegmache. Ich glaube maximal drei tief, ne? Wir heben einfach mal großzügig aus. Hey, Nest. Danke. Da, 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 da. Völlig übertrieben. Völlige Benzinverschwendung. Irgendwo hier ist die Schatzkiste. Da? Ne. Aber Level up. Super. Ne, Mow. Ich glaube drei tiefer immer so die, die Wiese. Und manchmal luket die Kiste schon so da durch, aber hier noch nicht. Gucken, dass wir nicht erschlagen werden. Sagte er und wurde erschlagen. Hm. So, einmal mal. Ach, sechs Punkte kommen. Die haben wir gerade noch. Ratterbomben. So viel Benzin haben wir jetzt auch nicht mehr. Und auf so einer Schrägen habe ich ja keine Ahnung, wie das berechnet wird. Aber ein Level up nach dem anderen. Orga ist das absolute Beste, was es gibt zum Leveln. Echt. Mining Tools 40. Warte mal, dann können wir doch jetzt Miner, Sexy, Niner machen. Wenn wir genug Punkte haben. 20 Punkte. Ne, haben wir nicht. Schade. Da, da, da ist er, Schatz. Yay. Oh, 25. Yes. Cool. Schatz gehoben. Nur nur ein bisschen gebraucht. Aber, ja egal. Hello, my friend. So, jetzt ist die große Frage. Wo ist der andere Händler? Da ist das Megaloch. Ist entweder da, da war es glaube ich, ne, oder? Ne, da. Das ist der Händler. Zack. Da fahren wir einfach mal hin. Und verkloppen mal das Silber. Das ist ja echt krass. Sollen wir den großen Loch bauen? Irgendwann nochmal? Ne, ne. Ich glaube, das ist nicht safe genug. Boah, alter Vater. Dieser scheiß Kakteen. Entschuldigung. Da muss ich echt aufpassen hier. Nöst. Brauchen Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Und dann werden wir uns mal nach unten buddeln. Mit der Orga kriegen wir richtig, richtig geil EP. Ich halte es immer mal an. Wegen Federn. Ich gucke einfach mal so ein bisschen am Boden. Wenn wir zufällig Nöst sehen, halte ich an. Gucke. Leck mich doch am Arsch, du blöder Juckerstrauch. So, schnell zum Händler. Das gibt Geld. Ja, die Frage ist halt, was wir noch brauchen, ne. Ich glaube, ich habe gerade ein Nest übersehen. Egal. Mehrere Nester. Boah, ist er ja auch. So, Aloe Vera nehme ich mal mit. Da können wir Samen draus machen und Heilbandagen. Ja, was ist los, Hasi? Hast du ein Problem? Nix dabei. Drecksack. Und dann werden wir uns ein Feld anlegen und die Verteidigung weiter ausbauen. Uns ein bisschen einrichten zu Hause. Das wird schön. Hallo, Mutti. Komm mal, Nest. Nest und Mutti. Hallo. Komm her. Ups. Das tut mir nicht leid. Nest. Hat man schon. Tag 8 erst. Ach, schön. Hey, Philipp. Bluntweapons. Level 17. Eingang. Wo ist der Eingang? Da. So. Hallo, Händler. Ich habe tolle Sachen. Silber und Gold. Das ist die große Frage. Hat jemand von euch schon mal Silber oder Gold unter der Erde gefunden? Dich würde mich mal interessieren. So. Rabot. Das weg. Ich klicke gerade weh und linke Maus hast du. Gleichzeitig. Oder nacheinander. Alter, krampfende Hände. Aber egal. Macht Spaß. Zieh, 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 zieh. Und. Oh. Ende. Gut. Was hat man noch? Das Ding kann weg. Ach, 201. Der ganze Sand alleine. Hm. Cool. Gut. Was brauchen wir von dem Meister hier? Das habe ich, glaube ich, alles verkauft, ne? Yep. Boah. Ah, was hast du? Electric Wire Relay? No. Oh. Oh. Kettensäge. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Hm. Auch cool. Aber Kettensäge. Ah, die ist eigentlich recht günstig, ne? Oder? Besserer Motor rein. Das Blade ist schon mal der Hammer. Für 10.000. Ich meine, was sollen wir mit der ganzen Kohle machen? Jetzt mal ehrlich. Also, was kaufen wir uns dafür? Komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Nehmen wir mal alles mit. So. Nee, nee. Zu dir nicht mehr. Du bist zu teuer. So, Kettensäge am Start. Da packen wir einen besseren Motor rein. Wenn ich die denn, äh... Kann ich. Alles klar. Wunderbar. Gut. Ein bisschen geshoppt. Warte mal. Warte mal. Iron Arrow. 66 Stück. Du weg. Und... Ab nach Hause. Ab nach Hause. Ausladen. Und die andere City looten. Ah, ich brauche Motoren. Bessere Motoren für... Oh, guck mal hier. Acht Federn. 18 Federn. Und ein bisschen Müll. Ja, nehmen wir alles mit. Danke. Ein paar mehr Pfeile hinterherhauen. Sehr schön. Wo wir gerade hier sind. Wo das Auto hier so rumsteht. Ja, guck mal. Perfekt. Sollen wir jetzt ganz viel Glück haben. Noch einen Motor rauskriegen. Ja. 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 Das ist unglaublich. Geil. Bisschen durch, ne? Zack, zack. So, da können wir den Motor... Ja. Hier einbauen. Achso. Äh... Assemble. Ist das gut, ey. So. Der bringt uns 700. Ach, Quatsch. Behalten wir. Händelbars kann ich ändern. Und die... Die Parts bräuchten wir halt nochmal irgendwann. Mega. So, die drei kommen. Das schmeiß ich weg. Das Scrap machen wir noch ein bisschen mehr Platz. Ach, ach, ach. Und ne Batterie auch noch. Ja, dann. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Sind wir schön schnell mit dem Bike unterwegs. Hihi. Bisschen Benzin dazu. Bisschen Eisen. Können wir alles gebrauchen. Was fällt denn da? Ein Headlight. Ähm. Quatsch. Doch. Bye-bye. Achso. Ah, tanken. Wäre ne Idee, ne? Oh ja. Oh ja. Das geht... Schön Tie Fighter mäßig. Nee, Speeder Bike war das. Speeder Bike. Jetzt sehe ich aber keine Nester mehr. Das geht so schnell. Ja, ja, ja. Sehr gut. So, langsam. Obwohl hier noch nicht. Jetzt. Ach, hier, Oase. Sehr cool. Boah. Hammer. I like it. Ach, toll. Das ist echt super. Ja, 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 ja. Ist ja gut. So, da ist schon zu Hause. Zu Hause. Ausladen. Boah, da können wir noch viele Autos auseinandernehmen und nochmal schön Zeug rausziehen. Tolle Stadt. Hey, Farmer, Johnny. Komm her. I got a little present for you. Head up. Ja, fast tot. Ich muss mich unbedingt heilen und mal eben ausladen. Oh, wir haben ne Kettensäge. Und nen fitten Motor. ein bisschen unbezogbar. Ja, Kotz. Prost. Oh, Bäumchen. So, Benzin müssen wir unbedingt holen. Oder, dann haben wir schon Benzin, aber wir brauchen mehr. Hab ich schon ein Körbchen dran? Ja, guck mal. Hätte ich noch was verkaufen können, was? Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Verdammt. Egal. So. Schön alles offengelassen. Lacka Pro. So, und du? Kommen die ganzen elektrischen Sachen auch mal da rein? Kennecropat Springs. Und Batterie. So, Machete. Machete. Ammache. Machete. Leder. Ich brauche ein Leder für eine Machete. What? So, bitte lass die richtig, richtig geil sein. Äh, warte mal. Stopp. Ich habe nicht genug Punkte. Scheißen wir drauf? Ja, komm, wir scheißen drauf. Wir können sie so zur Not nochmal kaufen. Aber die möchte ich jetzt haben. So. Äh, Leder, Sandsteine, Essen, das, 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 das. Irgendwie Benzin irgendwo. Da ist Benzin. Motor, Batterie, ah, wir haben so viel Zeug. So, wenn ihr Geräusche draußen hört. Hier ist Schützenfest. So direkt bei mir. Wir haben jetzt halb vier. Und die feiern unten jetzt. Ausklang vom Schützenfest. Da gehe ich nachher nochmal hin. Mal ein bisschen gucken. Ich habe was. Hörtchen, endlich. Ach, guck mal, da hinten. Pam, pam, pam. Oh, rein, du kotzen. Geiler Scheiß. So. Nachladen. Oh ne, mach weg. So. Headshot. Oh ne, ich muss runter. So. Ja, 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 kommt mal her. Ich möchte die ganzen E-Pier mitnehmen. Krass, ne, da läuft die Horde mal einfach so durchs Haus. Ist ja völlig egal. Zimmer mal einen nach dem anderen weg. Wie viel kommt denn da noch? Und ihr wollt es alle. Ich weiß. Oh, jetzt habe ich die nicht dabei. Die Kettensäge. Schade. Dann mit dem Bogen. Oh, das geht echt gut. Guck mal, selbst der Dicke fliegt sofort. Na, Frauchen aber nicht. Aber jetzt. Ey, wohin? Komm her. Ja, ihr kommt alle dran. Irgendwas getroffen? Ich weiß nicht was oder wen. Und einer steht noch auf. Und Ende. Geil. Oh, Bier, Holz. Bis jetzt kann man sich da nicht beschweren. Ey, Nest. Ohne Quest. Ja, ich finde es ein bisschen doof, dass sie sofort verschwinden. Die sollten noch ein bisschen länger liegen bleiben. Komm, Baby. Papier. Zwei rote Hosen. Geil. Der Fluch. Echt. Rote Hosen sind der absolute Fluch. Und, ey. Painting. Äh, schieß mich tot. Äh, lesen wir. Können wir noch nicht. Nehmen wir mit. Kleber. Nix. Nochmal nix. So, und hier ist nix mehr tot. Doch, da drin. Ey, ich hab was erwischt. Irgendwie hilft er noch. Noch eine rote Hose. Einen zweiten. Das ist doch nicht wahr. Jetzt guckt er. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf rote Hosen. Verdammt. Fünf rote Hosen. Bring die irgendwas? Ne. Okay, minus sechs. Ja, das ist schon mal cool. Aber, äh, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Würde ich im echten Leben nie anziehen. Deswegen. Adios. So, was bist du? Äh, Spider-Zombies. Komm, lesen wir auch direkt. Schweinchen töten. Scheiße, ey. Verdammten roten Hosen. Hey, Ranch, Ranch, Ranch. So, nehmen wir mit. Okay, runter, ausladen. Und dann... Tja, was machen wir dann? Äh, die Bäumchen brauchen noch ein bisschen. Ich würde mal sagen, wir düsen dann hier hin. Mal die Geschäfte einmal durchgucken. So, was brauche ich hiervon auf jeden Fall? Äh, das können wir alles verdicken. Das nehmen wir mit. Da schaue ich mal. Ne, Dollar, warte, 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 warte. Können wir auch verkaufen. Die Beaker auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Das, 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 das. Das, Kaka auch. Wieder Mine. Können wir nicht mehr. Gut. Wie lange brauchen wir dieses verdammte Bein, um wieder zu heilen? Das ist doch echt. Ja, das ist doch irgendwie, ne? So, das ist drin. Ähm, bop, 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 bop. Komm, machen wir einfach mal. Vollgas. So. Und so. Und so. Holz. Ja, zwei Stunden reicht. Locker. Zack. So, Steine rein. Man kann das mit ihm schön durchbrennen. Du weg. Da machen wir uns Iron Arrows. Nochmal zehn Stück. Papier weg. Das, das, das. Leder. Sand ohne Ende. Das essen wir. Das essen wir. Die zwei Prozent mussten sein. So, weg, weg, weg. Brauchen wir nicht essen. Ja, Benzin. Wir brauchen definitiv Benzin. Und. Na, ich mach's nicht kaputt. Das bringt ja immer noch Punkte. Machen wir so. Candlestick. Zack, weg. Rein. So. Und sobald der weg ist. Machen wir die Steine. Können jetzt aber schon mal Zement machen. 389. Perfekt. Ich brauch auf jeden Fall noch einen zweiten Zementmischer, weil wir brauchen viel Concrete. sehr viel. Komm, verschwinde. Trophy. Geh weg. Pling. Aber das dauert. Da läuft's. Mach ein Ohr-Dreck-Zement. Zack. Ja, nächste Folge auf jeden Fall in die Stadt. Looten und runterbuddeln. Überlege ich mir noch, wo. Also ich glaube, hier. Welche Richtung gucken wir denn da? Nee. Hier. Der Plan wird sein, wir buddeln uns hier runter. Also hier buddeln wir uns irgendwo runter. Wahrscheinlich hier. Genau, hier. Machen wir hier so eine... Oder wir machen hier direkt eine Rampe hoch. Dass wir hier mit dem Minibike reinfahren können. Also von hier kommen so 3x3. Dass das ganze Ding weg ist. Schräg runter bis auf den Bedrock. Dann können wir hier mit dem Bike reinfahren. nochmal drehen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, so machen wir das. Das ist ein guter Plan. Ich brauche halt ein bisschen Benzin noch. Und ja. Müssen wir ein bisschen fester sammeln. Jut. So, können wir. Jawohl. Zement. Sehr schön. Also. Wir haben demnächst. Konkrete. Und ich muss halt unbedingt irgendwie mal... Oh, haben wir noch viel Brass hier. Hm. Klick. Ah, es deckt da nicht. Okay. Gut. Ich würde sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bis zum nächsten Mal. Wir packen es heute mal. Für diese Folge. Und... Gucken wir mal, haben wir noch kurz, was Raketenwerfer kann. Oh. Oh. Okay. Warte mal. Das machen wir noch. Wir pimpen eben kurz den Rocket Launcher. Zwei unwesentliche Sachen. So, so und so. Und haben damit jetzt einen... Äh. Ja. 175er. Besser als nix. Ich habe noch irgendwelche anderen Teile. Boah. Die saufen da draußen schon. Das ist... Halb vier. Aber die geben Gas. Ja, können sie ja tun. Alle Rentner. Das ist echt geil. So, nachladen. Flump. Alles klar. Cool. Gut. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.